Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einem kleinen Node-Tutorial mit einem sehr nützlichen Paket namens Node-Demon oder Node-Mon oder wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Und ja, ich möchte euch das heute mal ganz kurz zeigen. Wenn ihr mit Node irgendwas Server-Seitiges macht, dann kann euch das nämlich wirklich das Ganze ein bisschen erleichtern. Ich erstelle jetzt hier erstmal ein neues Projekt. Ich nenne das einfach mal Node-Mon oder Node-Demon-Tut. Und achtet darauf, ich starte das Ganze hier als Node.js-Projekt mit Version 16.10, aber sollte eigentlich kaum was beeinflussen, was ihr habt. Und NPM-Version ist 7.24. So, und hier mal eine ganz kurze Demonstration, wie das Ganze aussieht. Also ich mache jetzt einfach mal wirklich eine neue JavaScript-Datei. Das hat jetzt irgendwie nichts mit irgendeiner speziellen Bibliothek oder sowas zu tun, aktuell noch nicht. Und hier sagen wir einfach mal MyServer dazu, falls ihr zum Beispiel irgendwie einen JavaScript-Server am Laufen habt. Oder falls ihr irgendwas anderes damit macht. Und sagen wir einfach mal, ihr habt jetzt keine komplexen Sachen. Irgendwie wollt nicht die riesigen Abhängigkeiten oder sowas einrichten. Und was ihr dann machen könnt, ist, ihr könnt, sagen wir einfach mal, wir haben hier ein Set-Interval. Und wir wollen zum Beispiel alle, sagen wir einfach mal, alle paar Sekunden, oder sagen wir alle paar halbe Sekunden. Ich glaube, alle paar halbe Sekunden ist vielleicht sinnvoller. Console.log. Und zwar, hi, there. Wollen wir alle tausend Sekunden, halt, ähm, äh, kurz nicht tausend Sekunden, tausend Millisekunden meine ich natürlich, wollen wir einfach ausgeben. So, das Ganze ist jetzt hier eine ganz normale Node-Applikation. Das heißt, wenn ich das jetzt hier im Terminal laufen lasse, gebe ich zum Beispiel einfach ein Node und dann mein Skript, also myServer.javascript. Und dann sieht das Ganze so aus. Hi, there. Hi, there. Hi, there. Einmal pro Sekunde. So, wenn ich jetzt hier oben irgendwas ändere, also zum Beispiel das Ganze auf alle 500 Sekunden, äh, 500 Millisekunden stelle, dann sehen wir hier trotzdem noch, dass das gleich lange dauert. Ähm, ich zeige das nochmal vielleicht ganz kurz. Also jetzt haben wir wirklich hier alle paar Millisekunden haben wir was. Und wenn ich das jetzt ändere hier, dann haben wir erst alle paar Sekunden was. So, wenn ich das aber live ändere hier und dann rumstelle, dann geht das nicht schneller. Logischerweise. Ich muss natürlich das Ganze hier erst beenden und dann neu starten. Und dagegen gibt es halt ein kleines Tool, was euch das Ganze erleichtern kann. Dann quasi ein Hot Reloading Tool, was euch das Leben ein bisschen erleichtern kann hier. Ähm, und wir machen das einfach mal mit npm, also sudo npm, äh, beziehungsweise unter Linux und Mac müsst ihr natürlich sudo eingeben. Unter meinem System tatsächlich aktuell gerade nicht. Und zwar install-g, ähm, nodeemon oder nodemon oder wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt. So. Und, so, und wenn ich jetzt nodemon hier benutzen möchte, gebe ich einfach ein nodemon und dann eben, äh, myServer.javascript. Und dann sehen wir hier wieder mal die übliche Fehler, ähm, Benachrichtigung, wenn wir das Ganze unter Windows machen. Ihr kennt das ja schon. So, und dann habe ich mal ganz kurz den Befehl wieder rausgesucht. Also set-execution-policy-scope-process, also auf diesen Prozess bezogen. Und dann die Execution-policy-bypass, ja. Dass wir hier quasi diese Administrator-Berechtigung, die wir hier eigentlich brauchen würden, beziehungsweise die, ähm, nicht signierten Richtlinien sozusagen umgehen können. So, ich mache das einmal ganz kurz. Und jetzt, solange eben das Ding hier aktiv ist, kann ich hier einfach nodemon starten. Jetzt sehen wir hier, ah, okay, jetzt wird es alle 500 Millisekunden, äh, also 500 Millisekunden ausgegeben. Ich kriege hier oben aber tatsächlich noch ein bisschen mehr Infos dazu, nämlich, dass hier gerade der Pfad beobachtet wird. Und wenn ich jetzt hier eine 10 eingebe, Achtung, jetzt passiert noch nichts, wenn ich das jetzt speichere, dann sieht nodemon natürlich die Veränderung und wechselt das ganze Skript. Das heißt, es hat quasi auto-neu gestartet, wenn ihr so wollt. Das ist, glaube ich, so die ziemlich unkomplizierteste Variante, wie man das irgendwie machen kann. Und das werden wir in zukünftigen Serien, beziehungsweise Tutorials mit Node.js, beziehungsweise auch mit Express jetzt dann, ähm, werden wir das dann wahrscheinlich auch ziemlich häufig brauchen. Deswegen, nodemon hier vielleicht mal ganz kurz gezeigt. Könnt ihr natürlich hier auch in die Run-Konfigurationen eingeben, wenn ihr das wollt. Okay, das war's für heute schon. Ich danke euch und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.